Auch heute schauen wir wieder in das Tagesorakel hinein. Was passiert in der Liebe, in den Finanzen und was ist dein persönliches Highlight? Wir gucken nach dem Intro rein. Einen wunderschönen Mittwochmorgen, auch heute wieder am 6. Mai 2020. Schauen wir für uns alle in die Karten hinein. Gepaart von drei Orakelkarten und wie immer auch zu jeder Orakelkarte drei Lenormo-Karten. Wir schauen, was ist dein Highlight des Tages, was erwartet dich in der Liebe und vor allem auch in dem Beruf und in den Finanzen, das so oft hinten angestellt wird, dass man meinen könnte, nur in der Liebe läuft immer alles schlecht. Aber wir wollen natürlich positive Vibes verbreiten. Vielen Dank für den Support von gestern für die Botschaft des Tages auf Facebook und Instagram. War mir sehr, sehr wichtig, dass wir ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen und somit auch aufzeigen, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Und ihr dürft gerne hinterfragen, aber denkt und teilt nicht Dinge einfach ohne die wahren Quellen zu kennen. Für mich ganz wichtig in der Demokratie, dass wir uns auf jeden Fall nicht aufhetzen gegenseitig, sondern uns zuhören. Das ist wichtig und egal, wer recht hat am Ende. Gebt euch die Hand, schaut euch an und sagt Danke, dass du mich immer noch annimmst, wie ich bin. Ja, genug dieser Worte. Natürlich dürft ihr mich gerne auch im Facebook abonnieren oder auf Instagram. Einfach Timos Lichtblick eingeben, dann findet ihr mich. Wir gucken jetzt in den Tag hinein. Wir beginnen heute mit dem Beruf. Da gibt es eine Botschaft von dem Universum. Ja, meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Ja, hier gibt es natürlich ganz klar den Impuls dafür, dass du etwas tun musst, um etwas zu bekommen. Das, worauf du dich konzentrierst, das ist das, was du bekommst. Das ist die Art der Manifestation. Und wenn du nicht in der Lage bist oder keine Lust darauf hast, Veränderungen zu bringen, wird keine Veränderung kommen. So einfach ist das. Und wir haben hier den Umweg derzeit. Das heißt, du bist derzeit sehr im Zweifel, vielleicht auch finanzielle Ängste. Du solltest vielleicht bei dir anfangen, ja, wieder in die Kraft kommen zu wollen. Oh, 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 kein guter Tag für Investitionen. Heute Finger weg von Investitionen lassen. Ja, also keine großen Geschäfte vollziehen heute. Aber dafür ganz klar, ganz klar Schiff machen für das Finanztum. Das heißt, wenn du noch deine Papiere nicht sortiert hast, dann mach es heute. Wenn du noch offene Rechnungen hast, dann mach es heute. Dann kann es positiv natürlich auch für den Geldfluss laufen können. Jetzt schauen wir hinein in die Liebe. Die Liebe wird heute beeinflusst vom Winter. Die Antworten auf deine Gebete und Affirmationen werden sich im Winter voll manifestieren. Das ist auf jeden Fall das Wünschen nach einem Partner, wenn es auf lange Sicht ist. Und das Wünschen nach der Selbstliebe. Wir haben hier das Einhorn gepaart mit der Elfe. Sehr, sehr schön übrigens. Oder der Fee. So, wo wir einfach die Entscheidung haben heute. Bleibe ich im Prozess drin oder lasse ich erst mal los? Vielleicht muss das erst mal gehen, was ich mir so sehr wünsche. Dass es im Winter wieder kommen darf. Ja, also wir haben hier den Winter wirklich speziell liegen als Entscheidung so. Und du blockierst dich da einfach im Alltag noch zu sehr. Ja, und begibst dich so in eine Art von der kindlichen Abhängigkeit. Aber du kannst heute so die ersten kleinen Schritte des Loslassens vollziehen. Ganz, ganz wichtig auch für dich. Weil du dich somit selbst entfaltest. Du kannst somit deine eigene Schönheit wieder für dich entdecken. und auch dich selbst viel mehr entfalten, wie es sich eigentlich auch gehört. Und ja, somit könntest du, wenn du dich dafür entscheidest, weiterzugehen und du selbst zu sein. Und vor allem dich selbst so zu achten, dass deine Selbstliebe gesteigert wird. So wie selbst in einem Orakel habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Dann bist du aber auch für dich selbst verantwortlich. Da geht es gerade weiter. Und kannst das so manifestieren, dass es auf Dauer kommen kann. Aber jetzt du erst mal leben darfst. Ja, und dann schauen wir noch in das Highlight des Tages. Da haben wir die Sehane Mone. Gemeinschaft. Öffne dich. Zeige Gefühle. Welche Bedürfnisse hast du in Bezug auf die Gemeinschaft? Gehe kraftvolle Verbindungen ein. Ja, hier hast du gesehen, Loslassen bindet wieder in die Gemeinschaft hinein. Da haben wir dann auch wieder die Rückkehr, die schon fürs Glück programmiert ist. Da haben wir die Klarheit, die kommen wird dadurch, weil die Wolken werden wegziehen. Für heute heißt es aber, dass du eventuell, wenn du schon diesen Loslassprozess beginnst, in eine bessere Resonanz gehst, ja, welche dein Glück verheißen mag. Auf jeden Fall wirst du heute noch Antworten aus der Vergangenheit beantwortet bekommen, dass du hier auch eine klare Sicht für deine Zukunft haben wirst. In diesem Sinne. Nachher in der Stunde circa kommt noch die persönliche Tageskarte. Ich freue mich sehr, euch diese bieten zu können.